Willkommen hier auf unserem Kanal. Ihr habt bestimmt alle die elfte Folge von Verstoppt sind die Gesichter gesehen. Und in diesem Projekt kennt ihr mich als Otto Degen. Für unser neues Projekt schlüpfe ich allerdings in eine ganz andere Rolle. Und zwar wollen wir euch zeigen, wie sich eine Gruppe deutscher Soldaten im Endkampf um Berlin in einer extrem aussichtslosen Situation befindet und permanente Angriffe der Roten Armee abwehren muss. Um einfach zu zeigen, wie sich die Soldaten damals gefühlt haben müssen, wollen wir mit vielen Stunts, authentischen Uniformen und einem historisch korrekten Drehort mal dieses Gesamtbild einfangen und euch präsentieren. Da uns wichtig ist, unabhängige Filme zu drehen, brauchen wir jetzt eure Unterstützung. Und zwar wollen wir die ungeschönte Brutalität und Wahrheit des Krieges einfangen. Nach den letzten erfolgreichen Projekten habt ihr jetzt wieder die Möglichkeit, uns dabei zu unterstützen, diesen Film zu produzieren. Wer das machen möchte, der kann das über Startnext oder Paypal tun. Die Links befinden sich jeweils in der Videobeschreibung. Wir freuen uns wirklich auf die Umsetzung dieses Projekts und bedanken uns schon mal im Voraus bei allen Unterstützern. Jetzt fängt es an zu regnen. Bis zum nächsten Mal. Wir gehen rein. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020